Alex, das Wetter hättet ihr anders bestellen können meiner Meinung nach, aber hat euch ja jetzt natürlich bei dem Ergebnis das Spiel nicht irgendwie schwierig gemacht? Nee, ich denke der Gegner muss ja beim gleichen Wetter spielen und der Kunststraße erlaubt ja eine gute Platzbedingung. Von dem her ist der Ball gelaufen. Wir konnten uns über das Wetter so nicht beschweren. Ansonsten durchweg optimal gelaufen das Spiel, wie siehst du? Ja, wir hatten nach der Halbzeit 10-15 Minuten, wo wir ein bisschen nicht geschwommen sind, aber wo der Gegner ein bisschen mehr Druck gemacht hat. Aber dann, wo es 2-0 gefallen ist, hat man dann gemerkt, das war so der Brustlöser für uns. Und dann haben wir zu unserem Spiel gefunden, konnten Kombinationen aufziehen und haben dann das dritte, vierte und fünfte nachgelegt. Du hast mit dem zweiten Tor, dem 2-0 zu diesem Sieg beigetragen, einem Freistoß-Tor. Kannst du sagen, wie du es gemacht hast oder wie du es dir überlegt hast? Ja, also eigentlich bin ich ja nicht bei uns der gesetzte Freistoß-Schütze, aber da ich letzte Woche eine ähnliche Position hatte zum Freistoß und den auch reingemacht habe, habe ich mich heute halt wieder hintraut. Und Gott sei Dank ist der Ball dann heute halt auch wieder reingegangen. Ja, da sind wir glücklich drüber. Was sagst du zum Rundenverlauf bis zur Winterpause jetzt? Kann man zufrieden sein? Es ist ja, denke ich mal, so in etwa eure Zielvorgabe gewesen? Ja, also das Minimalziel, dritter Platz ist für uns erreicht. Wir hätten sicherlich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass wir da jetzt stehen. Aber es ist jetzt schön für uns und hätten wir in den ersten paar Spielen vielleicht mehr Punkte geholt, wären wir vielleicht noch weiter ober dran an den beiden. Aber wir sind jetzt erst mal zufrieden und gehen glücklich in die Winterpause. Du hast die Winterpause angesprochen. Ja, was wird da alles passieren und was werdet ihr euch da für die Winterpause vornehmen? Ja, wir hoffen zuerst mal, dass die verletzten Spieler wieder zurückkommen, dass wir in der Breite ein bisschen mehr Qualität noch dazu gewinnen. Dann werden wir hart arbeiten und versuchen in der Rückrunde noch besser zu spielen wie in der Vorrunde, um vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen näher an die ersten zwei heranzukommen. Alex, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.